Musik Deutscher Diplomaten mit deutschen Unternehmern in Kaliningrad Sie wissen, dass Blogger auf Leute angewiesen sind, die über viele Informationen verfügen und bereit sind, diese auch mit den Bloggern zu teilen Nun soll man jede Information dreimal prüfen, um ganz sicher zu sein, dass sie auch wahr ist Dort erhielt ich eine kalte Dusche und keine Möglichkeit, auch nur irgendeine Frage zu stellen Wir hier in Kaliningrad nutzen also die gleichen Möglichkeiten und Rechte, die deutsche Journalisten vor einigen Monaten in der sogenannten Bundesrepublik Deutschland genutzt haben Also, meine Herren Bürger aus einem unfreundlichen Land, die Sie an diesem Geheimtreffen teilgenommen haben Informieren Sie die russische und deutsche Öffentlichkeit, wer an diesem Treffen teilgenommen hat Dementieren Sie die Gedanken, dass es sich um ein konspiratives Treffen gehandelt hat Bei dem Dinge besprochen worden sind, die den Interessen Russlands widersprechen Also, wir sehen uns, dass die dringten